Der Wochenstart hat noch ein bisschen was von Katerstimmung. Wir sehen hier den DAX, den DAX als CFD mit DE30 natürlich betitelt. Und dann sehen wir, dass hier die obere Kante jetzt leicht nach unten kommt. Und wenn wir auf den amerikanischen Markt gucken, hier auf Tagesbasis der Dow Jones, da hat es auch nicht wirklich mehr eilig, auf der Oberseite noch mal weiter nach vorne zu gehen. Aber auf der anderen Seite, wir dürfen nicht vergessen, er hat so viel geleistet schon. Und er hat seine alte Zeit hoch erledigt. Ein Punkt abgehakt auf der Liste. Und es ist durchaus typisch, dass der Markt dann zusammensackt. Wir hatten das mit vielen, vielen anderen Indizes auch. Immerhin, jetzt heute Nachmittag, wenn wir hier mal gucken, sehen wir, dass der Markt hier, wir sehen das hier unten beispielsweise im sehr kurzfristigen Chart, Minutenchart, jetzt ein bisschen kommt. Also eine Chance, dass wir nach dem Schub hier nach oben, der wackeligen Abwärtsgelegenheit, jetzt doch wieder nach oben unterwegs sind. Ein Klassiker wäre eigentlich hier so dieses Zwischenhoch, hier diese Marke nach oben, den Bruch dieser Marke nach oben zu traden. Allerdings, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil wenn der Rücksetzer so weit ist, also die Korrektur so weit, dann ist offensichtlich der Schwung zumindest mal erstmal abgehakt. Trotz alledem, eine Chance besteht, insbesondere wenn wir so einen schönen Anstieg bekommen, bei jedweder kleinen Rücksetzer-Situationen dann eben reinzugehen. Wir wissen das und dass der Markt so ein Verhalten so gerne hat. Also wir sehen das hier beispielsweise beim DAX nochmal in Erinnerung. Schub hoch, hier wackelig oder auch in der größeren Ebene Schub hoch oder hier Schub hoch und wackelig und so weiter. Und hier auch Schub hoch, wackelig. Hier wieder Schub hoch, wackelig. Wenn sowas auf einer kleineren Ebene hier nachher beim Dow Jones passieren sollte, dann wäre das auf jeden Fall ein Trade wert. Das geht natürlich grundsätzlich auch für den DAX. Der ist allerdings, wenn wir da mal auf eine kleinere Ebene runterbrechen, auf dem 5-Minuten-Chart beispielsweise, ebenfalls im Moment einigermaßen zügig unterwegs. Das heißt, das, was wir eben auf dem amerikanischen Markt gesehen haben, dürfte hier analog gelten. Auch hier haben wir die Aufwärtsrichtung ganz klar sehr zügig und im Moment die Abwärtsrichtung sehr wackelig. Das lässt hoffen, dass wir hier einen Einstieg auf der Oberseite vielleicht nochmal kriegen. Der klassische Trigger wäre beispielsweise hier so die Zwischenhochniveaus. Aber vielleicht kriegen wir auf der kleineren Ebene hier da auch nochmal das eine oder andere Einstiegssignal. Ansonsten haben wir heute Gold auf dem Plan, wenn ich das richtig weiß, beziehungsweise Crude Oil auf der einen Seite. Wäre ebenfalls eine spannende Geschichte. WTI als Rohöl. Aber wir sehen, auch der Markt geht nach oben im Moment weg. Ich hatte hier so ein bisschen gehofft, dass wir hier nach unten und jetzt wackelig nach oben uns dann doch wieder nach unten orientieren. Aber nein, das kleinere Bild scheint im Moment zu gelten. Also der Markt geht wohl weiter nach oben. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht so Trendkanal-mäßig dreht er ja dann doch nochmal um. Allerdings, er muss es erst zeigen, so ähnlich wie hier, dass die Schubrichtung in die eine und das Wackelige in die andere Richtung geht. Also es klingt langweilig, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn wann immer man solche Situationen sieht, kann man die dann nutzen. So, und damit Sie jetzt nicht hier die ganze Zeit mir zuhören, sondern selber mal im Markt auch gucken, ob Sie so eine Situation sehen, überlasse ich Ihnen jetzt das Feld und vielleicht sehen wir uns gleich nochmal an den Märkten. Dafür drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie die richtigen Handelsentscheidungen treffen. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, alles Gute.